Ciao Leute, was geht ihr? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider Gottes Video bei VFRD und wir schauen uns heute alte No-Skins in Fortnite an, meine Freunde. Wir probieren's. Denn eine Sache, die es leider heutzutage nicht mehr wirklich gibt. Wir haben Bots in Fortnite, aber irgendwie ist das nicht das Gleiche. Und dich? Lukas, ich mach gerade meine Anmoderation und es ist der Zeitpunkt, wo du die F*** hältst. Entschuldigung. Wenn man kurz überlegt, meine Freunde, hinter diesem Ding, was da auf einen zuläuft, was so verpeilt und so verplant ist, steckt ein Lebewesen, was absolut unfähig ist. Das macht so irgendwie deutlich schöner als einen Bot zu killen. Ist egal, meine Freunde, ihr könnt auch gerne mal 1 gegen 1 gegen 1 gegen Walfe machen. Das wäre das Gleiche. Ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt hier direkt an der Stelle an. Aber Digga, der Bot aber auf Full HD mit dem Handy abgefilmt. Über Deutsche, ne? Ja, ja. Perfekt Blutbeutel. Ganz gute Nummer. Oh! Stark, stark, stark. Okay, alter Ninja-Clip hier. Ach, Mann, Alter. Schau es dir mal an. Oh nein, es gab nur die Zapotron-Falle, Alter. Ja, Junge. Ganz ehrlich, Alter. Dieses arme Kinn. Guck mal. Was ist denn mit diesem Spieler los, Alter? Check, guck mal. Der macht, der rafft ja gar nichts, Alter. Ich glaube, du anders warst in deiner ersten Runde. Ne, also in der ersten Runde schon, tatsächlich. Ja, doch. Ich glaube, das sind einfach Kids, die noch nie irgendwas Gaming-mäßiges gemacht haben. Ey, aber ich habe so Leute auch nie gesehen, ne? Ne, die gibt es auch irgendwie nur im US-Raum. Keine Ahnung, was abgeht, Alter. Okay, Tifu hier gerade am Start. Also schon ein etwas neuerer Clip wahrscheinlich. Oh nein. Da ist einer drunter. Guck mal, siehst du seinen Kopf? Siehst du seinen Kopf, einer, der hier durchguckt, Junge? Oh, no, Alter. Oh nein, Alter, Tifu. Shit, Alter, das musste Season 5 oder 6 oder sowas gewesen sein. Das ist doch gar nicht so lange her. Damn, Bro. Ja, ist so gut langsam. Ja, so macht der noch irgendwas? Guck mal, dieser Bot hängt da wirklich nur, siehst du da? Oh, Ehrenmann, Tifu. Das ist der Unterschied zwischen Ninja und Tifu. Loll! Er schenkt immer zu erwähnen. Ja, ja, bei 15 Kills, Alter. Oh, Digger. Deck one. Auch einzig ein. Zeig die Map. Oh, Junge, guck mal. Oh nein, die Zone kommt. I'm sorry. Guck mal, wie lost. Ach, Mann, Alter. Ach, Mann. Dieser arme, arme Dude, Alter. Dieser arme Kerl, der da wirklich hinter sitzt und spielt, Junge. Oh, guck mal hier. Oh, Bot Battle. Weiter geht's. Oh, shit. Alter, das ist der richtige Vive gegen seinen Bruder, Junge. Junge, laber nicht so im Schwachsinn. Oh, Lukas, das ist wirklich. Und auch wiedersehen. Oh, so unnötig. Digga, schon damals 10.000 IQ am Start. Hier, ne Pump für dich. Nimm die Waffe, nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Sein Gesicht, Alter. Das ist... Das war's, Junge, wirklich. Komplett. Junge, als ob. Zu geil. Zu geil, Alter. Mit diesem No-Skin-Dance noch, Junge. Das ist genau so. Hast du mal mit Alphastein am Anfang gespielt? Alphastein hat sich genau so bewegt, Alter. Hat genau so geactet, Digga. Und hat genau so behindert einen immer angeguckt, Digga. Genau eins zu eins. Alter, der arme. Okay, Dark hier an der Stelle. Der tut fünf Kills. Oh. Nein, nein, nein! Ja, Junge, das, ähm, das wäre wahrscheinlich sein erster Win gewesen. Oh, Junge, Alter. Wie sch*** ist er? Hä? Junge, wer ist er denn, Alter? Oh, shit. Ist das eine Perücke? Ja, natürlich, das ist eine Perücke. Er sagt ihm, lauf in den Sturm. Und er macht's. Und er macht's. Renn in den Sturm. Oh nein, dein Jetpack geht gleich aus. Dein Jetpack geht gleich aus, ich seh's schon. Oh mein Gott, safe. Oh, Junge, Alter. Aber wie auch einfach nur eine Jetpack hatte. Oh, komm da unten, da, das bist du. Da, mit der Shotgun. Achtung. Junge. Er hittet aber auch nichts, Alter, ne? Ja, was macht denn das? Der hat ja wirklich eine... Digga, was hat der für eine Sense? Minus 200 oder was? Ey, Junge. Er hat den getroffen. Digga! Oh! Digga, der Typ feuert sich wahrscheinlich. Er hilft ihn jetzt, ey. Nein, schafft er nicht. No! Alter, der Typ. Der Typ, der Typ, Junge. Hä, das ist doch nicht real, sieht der ihn nicht? Okay, Schraud... Ja, wer ist Sven, dann hört man ihn. An der Stelle hier, Schraud. Schraud schon dead. Spektäte ich gerade Hellzone. Warte, warte, Ruhe, Ruhe, das Commentary. Er kommentiert, als wär's so eSports. Was? Was? Der gewinnt doch noch. Was? What the fuck? I'm out of here! Junge. Insane. Insane, dass der noch gewonnen hat. Nice, Digga. Oh nein, Alter. Oh! 26 zu 2 und er will's jetzt die ganze Zeit machen. Und der Bot hat sich selber... Tiffu? Ah, nee. Äh, Ninja? Nee. Warum bewegen die sich so langsam? Warum drehen die sich so langsam? Was ist denn mit denen, Alter? Aber ich schwöre, ne? Dieser noch ausgehend sieht halt wirklich eins, eins aus, wie Tiffu, Digga. Digga, er ist aber auch so... Früher wusste man wirklich, wenn man so einen sieht, Alter. Ach, lol, darfst du wieder eins gegen eins? Endzone. Hä? Juck dir aber nicht. Aber Ninja ist aber immer zu pushy. Weißt du, was ich meine? Tiffu lässt ihn einfach nicht gewinnen, so, ne? Oh. Komm, du schaffst es, ja. Guck da, Alter. Es war so klar, dass er das macht, Junge. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde es dir voll gönnen, wenn ich so gut wäre. Okay, Dark wieder an der Stelle hier. Mega, wie viele... Aber findet immer, ne? Ja, es ist aber halt irgendwie, glaube ich, im US-Raum sind noch mehr KDC-Fortnite-Spieler. Die sind noch jünger als wir alle. Hier, irgendwie. Weil das versteht sich die Leute nicht. Viele Leute in den USA sind ja jünger als Leute in Deutschland, Lukas, ne? Merkt ihr das, okay? Wenn die Leute in den USA acht sind, sind die sechs eigentlich. Weil das ist wie bei Hunden. Die werden... Hundejahre. Aber pass auf, wer hat jetzt Erdballons bekommen? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Doch, er hat genutzt. Yeah, Luftballon. Oh, guck mal, er macht hier voll den schönen Tag, Alter. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, Junge, er hat ihm einfach den schönsten Tag seines Lebens kaputt gemacht. Aber er hat nur was Spaß gemacht. Nicht nochmal, oder? Ähm. Äh. Fliege. Ähm. Er guckt, er schießt und er schmeißt Stinkradar. Junge, was? Hä? Nein, Digga. Alter. Oh nein, er kommt nicht weiter. Er ist lost. Ja, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ja. Ich hab's gesagt. Ja. Ja. Alter, nein. Oh, man. Warum, Digga? Äh. Oh. Da, äh. 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 Einversteigend bist du's? Äh. Äh. Das ist so ein Typ. Oh, da ist ein Gegner. Was ist denn mit ihm, Alter? Äh. 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 Alter. Geil, Junge. Er gönnt ihm. Er gönnt ihm, Junge. Er gönnt ihm den Win. Junge, Junge, Junge. Okay. Psypher hier im Start? Ja, der Typ, äh. Gönnt hier die... Er meinte, er came all the way from Save the World. Save the World wäre da ran. Gut, zusammen haben sie alle Zombies besiegt. Ist das nicht schön? Oh. Oh. Hey, 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 no skin. Der schluckt aber auch gut. Ja, ja. Oh, Digga. Was macht er da? Was macht er da? Er hielt sich. Ne, er guckt... Was? Moment. Er rennt in die Zone. Wait, what? Was? Das war eigentlich gar nicht so... Das war eigentlich gar nicht so... Man braucht ja nicht ein... Alter, was? Oh nein. Oh nein. Oh nein, Alter. Oh nein, Junge. B zu dem Lasten, Alter. Ronaldo 64. Absoluter Ehrenbruder. Absoluter Ehrenbruder. Ja, gut. An der Stelle, gut. Es gibt einen Headshot. Boom. Oh. Er visiert schon so an auf Schwarz. Guck. Ehren... Mann. Tiff you, Alter. Ja, ist ihm egal. Der macht er so oft, Alter. Das macht er so oft. Da steht einer im Busch. Guck mal. Und er denkt... Nein. Nein, hört auf. Ich hab... Fructoseintoleranz, bitte. Hört auf mit Tomaten. Haben Tomatenfructose? Ich weiß es nicht. Ein bisschen bestimmt. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Alter. Tomatenallergie ist dein Vater, Junge. Er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock. Oh, Mann. Der Vater war der letzte Überlebende, Digga. Junge, ist das scheiße. Ey, stell dir mal vor, Alter. Du spielst das Game und dann passiert dir sowas. Du bist so kacke. Oh, Mann, Alter. Leute. Ich würd sagen, das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Falls ihr Bock habt, den Rest anzuschauen. Der Rest ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Nur der Rest nicht das ganze Video. Und meinen Kanal, den könnt ihr sehr gerne mal abchecken. Und welches Kanal wird nicht verlinkt sein. Danke dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.